Es gibt eine finstere Macht oder mehrere finstere Mächte, die unser Leben ständig beeinflussen und die gibt es schon über hunderte von Jahren. Und ich finde, es ist Zeit, dass man öffentlich darüber spricht und auch Klarheit bekommt, was diese Logen, es geht um die Logen, was die alles tun. Denn es ist wichtig, dass wir uns wehren und dass wir uns schützen können. Du erfährst heute von mir über dieses Thema in diesem Video. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch geschrieben, kosmisches Wissen von den Pleiaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Ja, ihr Lieben, und jetzt kommen wir zu diesem eigentlich schrecklichen Thema, diesem ganz schlimmen Thema mit den finsteren Machenschaften. Ich finde einfach, es ist wichtig, dass jeder darüber Bescheid weiß. Es soll also eine Information sein, die ihr in diesem Video bekommt. Es soll keine Angstmacherei sein, denn diese Logen existieren. Es ist keine Spinnerei, sie sind da. Und jeder Mensch sollte einfach darüber Bescheid wissen, damit er sich energetisch schützen kann. Du erfährst von mir am Ende des Videos von der einen Loge, die ich am allerschlimmsten finde. Das werde ich dir erzählen. Und danach machen wir eine ganz tiefgehende, wohltuende Meditation, die uns schützen soll. Ja, also bleibt dran, es ist hochinteressant. Und jetzt fangen wir auch gleich mit dieser ersten Loge an, die eigentlich relativ bekannt ist. Das sind die Illuminaten. Und ich habe auch Bilder vorbereitet. Da seht ihr jetzt zum Beispiel schon mal die Zeichen der Illuminaten. Denn sie haben verschiedene geheime Zeichen, mit denen sie sich auch untereinander sagen, dass sie dazugehören. Es gibt zum Beispiel auch einen bestimmten, wenn man sich begrüßt und die Hand gibt, gibt es eine bestimmte Technik, wo man die Finger überkreuzt und dann der andere weiß, ah, du bist ein Illuminat, ich bin es auch. Und dann erkennt man sich. Also es ist alles geheim, was die hier machen. Und die kontrollieren die Welt oder möchten die Welt kontrollieren. Zu ihren Zielen gehört die Schaffung einer neuen Weltordnung, also einer von ihnen kontrollierten Einweltregierung. Dazu kommt später noch mal mehr, ihr Lieben. Und ihr seht jetzt so ein Auge in einem Dreieck. Das ist auch ein Zeichen für die Freimaurer. Die Freimaurer sind ein weiterer Geheimbund und mit ganz viel Macht und Einfluss ausgestattet. Ich habe da auch noch mal ein Bild, das ich jetzt euch zeige. Es heißt, dass die Freimaurer in alles verwickelt sind, von der Finanzwelt bis zur Politik. Und die Freimaurer erkennen sich auch an bestimmten geheimen Symbolen und Ritualen, so ähnlich wie die Illuminaten. Manche Mitglieder bekennen sich öffentlich dazu, einer Loge anzugehören und andere halten sich lieber bedeckt. Jetzt meine Frage an euch. Wie empfindet ihr die Freimaurer? Ist das ein Geheimbund, der Verschwörungen aushägt? Die Freimaurer selbst verstehen sich als einen ethischen Zusammenschluss, der für Toleranz und Menschlichkeit steht. So etwas findet man oft, dass diese nach außen hin auftreten in einem positiven Sinne und dann aber in ihren geheimen Treffen ganz andere Dinge geschehen. Also ein Freimaurer darf auch nicht darüber sprechen, was da jetzt beschlossen wird. Und das ist damals wie heute immer noch so. Und für Außenstehende ist das ja schon sehr, sehr komisch, ihr Lieben. Dann gibt es in England auch noch eine Großloge, die heißt Uggle. Das zeige ich euch jetzt auch, dieses Bild, was da dazugehört. Also beziehungsweise ich habe keins gefunden, was ich veröffentlichen darf. Und so habe ich euch jetzt mal England einfach in den Hintergrund die schöne Brücke in London gegeben. Und zwar dieses Uggle, diese Freimaurerloge, die also auch da dazugehört zu dieser großen Freimaurerloge. Und das ist ein Tal, der eben für England jetzt steht. Und das ist eine sehr, sehr große Loge. Man sagt, es ist die größte Freimaurerloge überhaupt der Welt. Und es war auch die Königin darin. Und wenn man jetzt da noch ein bisschen geforscht hat, hat man vielleicht gemerkt, dass das Begräbnis von dieser Königin ganz besonders einer Zeremonie gefolgt ist, die mit Sicherheit oder nicht, Sicherheit darf ich ja nicht sagen, die eventuell mit dieser Freimaurerloge zu tun haben könnte. Und zwar wurde sie an elf, wurde dieser Sarg an elf verschiedene Plätze gefahren und war dort eine Zeit lang und dann zum nächsten Platz. Also das hat sich da innerhalb einem Ritual so gestaltet. Und der Sarg war auch mit ganz viel Blei ausgestattet. Ich meine, solche Dinge macht man ja normalerweise nicht. Und die Königin hatte auch kurz bevor sie starb, eine schwarze Hand bekommen. Also da gibt es viele Dinge, die man jetzt vielleicht selbst auch nochmal erforschen könnte. Auf jeden Fall ist diese Großloge von England auch dabei, uns Menschen oder so viel wie möglich Menschen zu beeinflussen. Dann gibt es die Tempelritter. Da habe ich auch ein Bild für euch, ihr Lieben. Und zwar ist dieses Bild, das sieht man einfach ein paar Ritter, aber wenn ihr jetzt mal genau schaut, haben die hier vorne dieses Tempelritterkreuz. Und sie sind also auch ein Geheimbund, dem nachgesagt wird, dass er in der Finanzwelt sehr tief involviert ist. Und sie sollen auch noch Verbindungen zur katholischen Kirche haben. Da gibt es also auch Bilder im Netz, wo man da sieht, dass die alle auch dieses Kreuz vorne auf ihren, wie heißt es jetzt, Roben tragen. Und offiziell ist dieser Geheimbund am 22. März 1312 aufgelöst worden. Und in der Folge aber danach gab es mehrere Organisationen, die sich auf das Erbe des Templerordens bezogen und jetzt tatsächlich immer noch teilweise aktiv sind. Also wir sind jetzt irgendwie bei der Kirche gelandet und es geht jetzt auch gleich weiter mit dem Opus Dei. Das werde ich euch auch zeigen. Dazu habe ich ein Bild aus einer Kirche genommen, weil das so auch die Kirche widerspiegelt. Es ist ein Geheimbund innerhalb der katholischen Kirche und es heißt, dass sie in der Politik sehr aktiv sind. Und dieser Geheimbund wurde 1928 gegründet und hat weltweit über 80.000 Mitglieder. Und es gilt eigentlich als das mächtigste und effizienteste katholische Netzwerk überhaupt. Selbst der Papst und diese ganze Organisation, sie haben ein eigenes Banksystem und das ist alles im Besitz des heiligen Stuhles. Seinen Sitz haben die im Turm von Nikolaus V. in unmittelbarer Nähe zum Apostolischen Palast. Apostolischen Palast, so heißt es genau. Ja, also das ist etwas, was jetzt die Kirche für sich auch mitmacht bei diesen dunklen Machenschaften. Dann kommen wir zum Rosenkreuz. Da habe ich jetzt ein Bild vom Orden des Rosenkreuzes für euch. Also so sieht der Orden aus. Und es ist jetzt ein Geheimbund, der mit okkulten Dingen zu tun haben soll. In dieser Loge glauben die Mitglieder, dass sie letztendlich zur Unsterblichkeit, also Unsterblichkeit erlangen können. Und diese Rosenkreuz, diese Loge trat erstmals im 17. Jahrhundert auf als Reformbewegung in Tübingen und innerhalb des deutschen Protestantismus, also auch irgendwie aus der Kirche entstanden. Es gibt dann auch noch in einer romanhaften Allegorie zu der kümnischen Hochzeit Informationen, die da ihren Ursprung haben soll. Die Manifeste aus dieser Loge erschienen in einer Zeit, in der die wissenschaftliche, technische Naturbeherrschung zu einer Entfremdung zwischen Wissenschaft und christlicher Kultur führte. Und das Hauptanliegen und Ziel dieser Schriften war es, dieser Entwicklung durch eine Kultivierung der Erde mittels einer kontinuierlichen Reformung der Wissenschaft, Ethik und Religion entgegenzusteuern. Nun, selbstverständlich baut diese ganze Geschichte dieser Loge auf einer vorurteilsfreien Verbreitung und Nutzbarmachung von Erkenntnissen und noch unbekannten, unentdeckten Wissen aus alteren Kulturkreisen auf. Allerdings wissen wir nicht, was alles auch in dieser Loge ausgemacht wird und wie sie uns beeinflusst. Also Vorsicht sei auf jeden Fall geboten, auch weil es ja ein Geheimbund ist. Ihr dürft euch selbst auch noch darüber informieren und vielleicht weiß ja der eine oder andere auch noch wichtige Dinge da dazu. So, jetzt kommen wir zu Skull and Bones. Da habe ich also auch dieses, wie soll ich denn sagen, diesen Totenschädel mit den Knochen, das ist denen ihr Zeichen und das ist ja schon, macht nicht gerade Lust, irgendwie da sich mit denen zu verbinden. Keine Ahnung, aber es ist also auch ein Geheimbund an der Yale University und diese Mitglieder sollen in der Politik, Wirtschaft und im Finanzwesen tätig sein. Das heißt also, Skull and Bones ist auch bekannt als The Order 322, deswegen steht unter dem Totenkopf 322. Sie ist also bekannt als The Order of 3222 und deswegen sieht man auch diese 322 unter dem Totenschädel und oder man sagt noch The Brotherhood of Death dazu, also auch ganz schlimm, die Bruderschaft des Todes übersetzt und es ist eine geheime Studentenvereinigung an der Yale University in New Heaven in Connecticut und dieser Geheimbund ist die älteste Senior Class Society der Universität und ja, sie ist eine der einflussreichsten Alumni, sagt man auch, und für verschiedene Verschwörungstheorien sehr bekannt. und ihr könnt euch selbst darüber auch noch ein Bild machen, also für mich fühlt sich das alles richtig gruselig an und es wird noch gruseliger jetzt gleich werden. Es ist einfach so, dass diese auch sehr reich sind, sie besitzen Immobilien und überwachen die Mitgliedschaft und die Mitglieder nennt man Bones Man wegen diesem Skull and Bones und ja, also Knochenmänner sozusagen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Nächsten und der ist auch total gruselig, gruselig, gruselig. Ich habe das Bild vorbereitet. Das ist für mich eines der schlimmsten, was jetzt kommt, was ich euch jetzt zeigen werde. Das ist der Bohemian Club oder Club und das ist ein Geheimbund, dem viele der mächtigsten Männer der Welt angehören, darunter Präsidenten COAs und sie treffen sich jedes Jahr zu einer Klausurtagung in Kalifornien und dieser Club, der trifft sich in einem 11 Quadratkilometer großem Gelände östlich von Monterio im US-Bundesstaat Kalifornien und die treffen sich schon seit 1899 und natürlich ausschließlich Männer, es sind dort Frauen nicht erlaubt. Ihr werdet auch gleich noch erfahren, warum da auf keinen Fall Frauen dabei sein dürfen und also die US-amerikanische Elite aus Politik, Wirtschaft, Kunst und den Medien sind Mitglieder und es werden also aus diesen Bereichen verschiedene Menschen rekrutiert, die dann in einem 15-tägigen Retreat mit Veranstaltungen aller Art teilnehmen können. Die Exklusivität des Clubs wird durch die Wartezeit nach Antrag auf Mitgliedschaft deutlich, das heißt, dieser Antrag, die Wartezeit beträgt 15 bis 20 Jahre. Es gibt auch Eilanträge, die in nur drei Jahren möglich sind und in diesem Fall müssen dann zwei Mitglieder also sagen, okay, wir möchten gerne, dass dieser eine Mensch da dabei sein darf und es kostet auch 25.000 Dollar im Jahr, wenn man da dabei sein möchte. Ja, und wenn man jetzt guckt, wer da alles dabei war, Ernest O. Laurence, dann haben wir Standard Oil, General Electric und das sind Dinge, die gerade jetzt in der Krise, in der wir sind, wichtig zu wissen sind. Also dort werden ja auch geheime Entscheidungen getroffen und das ist jetzt gerade diese Ölfirmen und die Energiefirmen, die da sowieso drin sind. Die COAs von diesen Firmen sind dort in diesem Bohemia Club und dann gibt es noch also auch Menschen, die dort regelmäßig Besuche, die dort eingeladen waren. Das war unter anderem Helmut Schmidt, Henry Kissinger, Alan Greenspan, Richard Nixon, George Bush Senior, George Bush Junior und Arnold Schwarzenegger. Das ist das, was bekannt ist. Wir wissen natürlich nicht vieles. Es gibt also bestimmt noch mehr, die dort auch waren und diese Treffen sind Gegenstand verschiedener Verschwörungstheorien, wonach die Mitglieder ohne dazu demokratisch legitimitiert zu sein, insgeheim die Geschicke der Vereinigten Staaten und auch der Welt lenken würden. Und wie es auch ähnlich dem Council of Foreign Relations oder dem Trilateralen Kommission nachgesagt wird. Und jetzt kommt es aber das ganz Schlimme. Ja, denn dort wird in heidnische oder beziehungsweise satanistische Rituale bis hin zur Opferung von Kindern vollzogen. Und das ist wirklich etwas ganz Schlimmes. Und ihr wisst ja, es gibt diese, es gibt einen Alex Jones, der ausführlich über die Praktiken berichtet hatte und die dort angeblich stattfinden. Und das ist also eine rituelle Gewalt dort zu vermuten. Oh Gott, alles das stimmt mich jetzt wirklich sehr traurig. Aber ihr Lieben, ich schalte mich jetzt mal wieder groß, eine kleine Sekunde. Ihr Lieben, es ist einfach eine Tatsache. Es ist ja nichts, was ich jetzt erfunden hätte, sondern ihr könnt, ihr findet diese Logen im Netz und es gibt noch mehr. Es gibt schon auch noch mehr. Es gibt auch noch Untergruppen und alle möglichen Nebenlogen. Aber diese Menschen, und wenn wir in einem Video davon sprechen, was haben sie jetzt vor oder was werden sie als nächstes machen, wie werden sie uns beeinflussen, dann meinen wir diese Logen. Dann meinen wir die geheimen Beschlüsse, die über unser Leben bestimmen, die uns das Leben schwer machen, die uns ausbeuten, unsere Freiheit nehmen, auf allen Ebenen nehmen möchten. Was jetzt für mich wichtig ist, dass wir jetzt nicht verzweifeln oder in die Angst verfallen, sondern dass wir ja auch als Lichtarbeiter eine neue Erde manifestieren. Und das möchte ich jetzt mit euch machen, dass wir intensiv diesen bösen Machenschaften entgegenwirken, indem wir uns in dem Licht, in unserer Schöpferkraft mit der vollkommenen Liebe Gottes die neue Erde erschaffen. Und so wirken wir entgegen den Beschlüssen, die dort gemacht werden. Das ist das, was wir tun können. Und ich lade jeden Einzelnen ganz herzlich jetzt auch ein, mit mir zusammen diese Meditation zu machen. Und so werde ich mich jetzt einsprühen, einfach mal mit meinem Ursprungslicht, weil ich finde, das Ursprungslicht, das bringt mich so richtig in meine Mitte und in meine Kraft und meine Seele erinnert sich an ihr ursprüngliches Sein. Und das ist wichtig in der heutigen Welt, ganz wichtig. Und so, lass dich jetzt von den Worten tragen, lass dich fallen, so wie wir es auch im letzten Webinar gemacht haben. und einfach dadurch öffnet sich deine Seele, wenn du die Augen schließt, öffnet sich dein drittes Auge und dein Geist und die Energien aus dem Universum können zu dir gelangen. So, jetzt fangen wir aber auch an. Mit dem Gruß von Smarana spreche ich zu dir. Geliebte Menschen, ich bringe dir die Liebe und das Verständnis der Einheit. Verstehe, dass wir alle eins sind und dass es möglich ist, wenn wir alle zusammenarbeiten, sich eine bessere Zukunft für unseren Planeten, für unsere Erde ergeben wird. Ich zeige dir die Verbindung zu dem All-Einen und ich zeige dir, wie du hier auf der Erde ein Leben in Harmonie mit deinen Mitmenschen und mit der Natur haben kannst. Liebe Menschen, lieber Mensch, ich sage euch, alles, was ihr braucht, das tragt ihr in eurem Herzen und alles, was geschieht, ist das Resultat eurer Gedanken. Und so möchte ich versichern, Glaube an die Einheit, ihr seid alle eins und wir gehören dazu, wir die lichten, liebevollen Wesen, die euch begleiten, die zu euch sagen, wir lieben dich. Wir alle zusammen haben die Kraft und haben die Macht, die neue Erde zu erschaffen. die neue Erde, die frei ist von finsteren Gedanken, von finsteren Machenschaften. Denn es ist die neue Erde, die durch dich entsteht und die durch dich die Liebe trägt. Die neue Erde, welche für alle Menschen gut ist, welche gute, liebevolle, lichtvolle Energien trägt und voller Fülle für alle ist. Und wenn du jetzt bei den Worten, die ich spreche, eine Sehnsucht spürst, dann darfst du diese Energie nehmen und in deinen Gedanken das entstehen lassen, was für dich wichtig bei der neuen Erde ist. Denn deine Gedanken, sie tragen die Kraft der Erneuerung, sie tragen die Kraft der Liebe und des Lichtes und alle zusammen können wir das Neue erschaffen, das wunderschöne Neue, denn dafür seid ihr gerade jetzt in dieser Inkarnation auf der Erde. Es ist das Werk, was aus euch allen entsteht, das Werk der neuen Erde. Und wir, die Sternenlichter, wir kommen zur Hilfe, wir sind bei dir, wir sind so gerne hier und lassen das Licht, was aus euren Herzen leuchtet, um ein Vielfaches erstrahlen. Ich möchte auch sagen, gebt nicht auf, gebt nicht auf. Wir wissen, dass der Weg schwierig ist, aber er ist vom Licht getragen und ihr könnt es schaffen, du kannst es schaffen, denn jeder Einzelne ist wichtig, jeder von euch trägt das Licht für die neue Erde und wir sind stolz auf euch, wir sind sehr stolz und wir sind dabei, wir tragen das Licht in Fackeln der Liebe und so wird die neue Erde in der Einheit zu Gottes vollkommener Liebe durch dich entstehen. Ich verneige mich vor dir voller Freude und Demut. Ich danke dir, dass du hier warst und meine Worte angehört hast, denn es ist wichtig, dass die Energie sich in deinem Herzen ausbreiten darf, die Energie der Liebe und die Energie des Segens. Der Weg der Liebe, er liegt vor dir und du gehe voran, so verabschiede ich mich von dir mit dem Segen des Lichtes und du darfst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in deine Dimension, in deine Räume zurückkommen. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, wir sind nicht allein, wir sind wundervoll unterstützt, alle Wesen sind bei uns und so wurde jetzt in uns die Liebe Gottes, die Schöpfung, die Sternengeschwister, die Sternenwesen und unser Wirken zusammen zu einem Großen und Ganzen gefügt und das hat ganz viel Kraft, das bringt unsere neue Erde zum Entstehen frei von finsteren Energien. Ich danke dir, dass du heute hier warst, eine Herzensumarmung, bis zum nächsten Mal.